Da kommt der große Bruno Bär schon wieder. Ja, ihr kriegt gleich nochmal was. Geht ja nicht non-stop, Kinders. Oh, nochmal Pfefferminz. Klasse. Ich hatte da echt so Appetit drauf. Das kommt weh gerufen. Haha, super, klasse. Guck mal. Ah, das ist für die Mieze Katzies. Da kannst du gleich noch eins von haben, mein Schnuggidi-Buggidi-Buggi-Mann. Oh, du bist so süß. Mh. Du bist so ein richtig toller, anhänglicher Mieze-Kater, ne? Was ist das denn? Sesam-Krugkant? Auch mal probieren. Auch noch nie gegessen, ne? Pflaster. Ja, danke schön. Ich kann ja auch mal brauchen bei meinem Geschick, ne? Eine Handcreme, ja klasse. Ja, super. Wunderbar. Gerade bei meiner Budelei jetzt, wie man sieht. Au. Man wäscht sich danach tausendmal. Die Hände sind dann immer furchtbar trocken. Och, was süß. Ja, für die Haare eine schöne Kur. Ja. Eine Peeling-Maske. Ja, damit ich mich hübsch machen kann für euch, ne? Damit ich mich hübsch machen kann für euch, ne? Ja. Ne? Meine Süßen. Hm? Hier sind mein Püppi sind draußen, ne? Noch eine Handkrieg, klasse. Oh, die sieht auch so fruchtig aus. Mit beerigem Duft steht sogar drauf. Bin ich mal gespannt. Moment. Oh, Moment. Ja, geh auf. Ach. Oh, toll. Oh, toll. Da fein. Fein. Ist für die Mama. Traubenzucker. Ja, vorm Buddeln noch Traubenzucker. Dann hab ich Energie. Was ist los, du kleiner? Du hast doch deins hier liegen. Du brauchst doch gar nicht eifersüchtig sein, du kleiner Mini-Zwerg. Hä? Das willst du gar nicht haben im Moment, ne? Hm? Kali, lass den Quatsch. Wer kriegt das denn dann? Du? Na gut. So, was haben wir denn hier Süßes? Haha. Was ist das denn? Ein Mini-Täschchen. Hahaha. Hä? Kann ich einfach euch als Halsbändel machen? Hä? Ihr Kleinen. Oh, noch Bonbons. Hustenbonbons mit Waldfrucht. Klasse. Fein. Ne Kinders. Gute Laune, Schoki. Gute Laune, Schoki. Wie niedlich. Mit Engelchen. Was süß.